Ich habe mich überwunden, obwohl ich sie nicht sehen wollte. Ich hoffe, du bist nicht eifersüchtig, aber ich habe sie gezeichnet. Aha, okay. Er hat seine Ex-Freundin gezeichnet, äh, Ex-Freundin, Ex-Frau gezeichnet, okay. Crazy. Prinzessin. Ja, der, der, Moi ist der Künstler, ne? Wir kennen ja alle die Geschichte vor dem Maestro, Digga. Im, mit, im dunklen Raum, mit dunklem Gewand und so. Du hast mir geholfen, mit ihr abzuschließen, okay? Ich mache für dich jetzt einen Sound, Prinzessin. Ich lade das auch auf TikTok hoch. Wenn du willst, reposte das. Ich reposte dein Video auch, okay? Du musst mit mir jetzt kein Koitus haben. Aber wenn du wenigstens mir einen Zungenkuss geben würdest auf französische Art, ich würde mich sehr freuen. Wirklich. Ich bin ein armer Mann, weißt du? Ich bin ein armer Mann, dessen Herz verletzt wurde, von der ich habe sie blind gezeichnet. Silit. Silit, ich weiß nicht, ob du je eine Frau geliebt hast. Hä? Aber ich muss sagen, so schlechtes Gezeichnen ist es nicht, ja? Hast du je eine Frau geliebt? Aber ich habe sie sehr geliebt, muss ich dir ehrlich sagen. Silit, bang. Und alleine, dass ihr über sie redet, hat mich sehr wütend gemacht, aber zum Glück liebe ich dich. Okay? So. Das ist sie. Sie hat so einen schönen Mann, den du so sehr liebst, verkauft Silit. Verstellst du das? Sie hat mich verkauft, Silit. Ich werde das nicht mit dem hier machen. Best für Salah. Oh, ey. Ansage an Salah Sado schon wieder rauskauen, ne? Also Salah, Digga, können wir uns auch gleich angucken, hat eine dicke, dicke, dicke Ansage an Mois rauskauen, ne? Letztes Mal hat er sich noch ein bisschen versucht, korrekt zu äußern, aber die Synapsen sind die diesmal geplatzt und er ist ausgerastet, ja? Der hier, der ist für Sie aus Gold, weil ich ihr niemals Geld gescheut habe, weißt du?